Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer dieses Livestreams, wir freuen uns unglaublich, euch alle hier an diesem Abend aus dem wunderschönen Spiegelsaal im Bergedorfer Rathaus begrüßen zu können. Wir, das sind Hubert und mein Name ist Johanna. Wir kennen uns von der Hamburger Hochschule für Musik und Theater, wo Hubert als Professor Klavier unterrichtet und wo ich vor ungefähr zwei Monaten angefangen habe, für meinen Konzertexamen zu studieren. Wir haben für heute Abend drei sehr aufregende, wie ich finde, Stücke für euch vorbereitet. Zwei Sonaten von Schimanowski und Schubert und das berühmte Fratris von Avopert. Diese drei Stücke sind sehr unterschiedlich und bilden, denke ich, ein sehr kurzweiliges Programm. Und da mir gesagt wurde, ich soll nicht so viel reden, fangen wir einfach mit der Sonate von Franz Schubert an. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.